Ich bin der Game Master, ich habe eine Challenge für dich und du darfst keine Fragen stellen. Okay, hast du Marvin eingesperrt? Marvin ist sozusagen eingesperrt in dieser Höhle dahinten und du kannst ihn am Ende holen. Ah, fuck! Yo! Okay. Das ist peinlich. Yo! Oh mein Gott, ja, du hast den, ey! Ich meine, nein! Okay, komm, Witz, ich bring dich zu Marvin. Okay, du kannst zu der Kiste gehen, du hast Marvin. Bitte geh zur Kiste, du, da ist der Schlüssel für Marvins Käfig. Das ist doch schlecht. Ich muss Marvin retten. Bumm, Digga. Was ist der Plan, Bro? Was ist da unten? Oh mein Gott! Schade! Holy shit! Holy shit!